Hey, the first panel! Also wir sind hier von Jugendsolar, von Greenpeace, Projekte für Jugendlichen, weil wir lernen, eine Solaranlage zu planen. Das ist jetzt 162 Panels, also 200 Watt gibt es 230 Kilowatt. Also das Dach wird jetzt von Franz gemietet und dann gibt es einfach einen kleinen Anteil für den Dachbesitzer. Und die Anlagen sind dann je nachdem 4 bis 5, jeweils 6 Jahre sind die dann mit der Vergütung amortisiert. Und dann werft das Gewinn ab. Wir können jetzt eine oder zwei Nuklepläne wiederholen, mit allen Projekten, die wir jetzt haben. Ja. 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 Ja.